Wir, die Holding Graz Abfallwirtschaft, leisten jeden Tag mit 160 Mitarbeitern einen wertvollen Beitrag für die umweltgerechte Sammlung und Verwertung aller Abfälle, die in der Stadt Graz anfallen. Wir haben für Sie das ganze Jahr unser Recycling Center zehn Stunden pro Tag geöffnet. Dort können Sie alle Ihre Abfälle, wie zum Beispiel Sperrmüll, Bauschutt, Grünschnitt, aber auch Elektro-Altgeräte, Problemstoffe, Verpackungsabfälle abgeben. Wir sind rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr für ein sauberes Graz im Einsatz.